Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Rocket League Duos. Heute bin ich irgendwie verstrahlt. Können wir trotzdem gewinnen? Was denkt ihr? Wenn euch das Video gefällt, denkt bitte an eine Bewertung und abonniert den Kanal. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rocket League. Es ist meine erste Runde heute. Wir müssen gucken, was da machbar ist. Ich bin auch nicht eingespielt, aber vielleicht wird es ja erstmal schönes Kick-Off setzen. Was macht mein Mate damit? Da habe ich nicht mit dem so weiten Ball gerechnet. Der lässt sich auch nicht dämmen, schade. Ich spüre den erstmal rüber, geht der drauf, verkackt der. Oh, ich wollte gar nicht hoch. Ich wollte dich backflippen, Bro. Och nö, ne? Scheiß Dead Zone. Oh, scheiße. Probiert. Hier deinen richtigen Pass zu setzen. Ja genau, ne? Ich habe mich leider da reingebampt, Meister. Ach, Digga, war es. Warum bin ich so langsam? Ja, Digga, heute irgendwie ein bisschen generell. Ich bin einfach ein bisschen langsam im Moment, wenn ich nicht eingespielt bin. Vielleicht wacht es gleich noch auf, Digga, aber heute ist echt nicht geil. Aber egal, mein Mate scheint nicht ganz so verloren zu sein, wie ich es gewohnt bin hier. Das freut mich doch. Ich bin zwar einmal blöd gebammt, beziehungsweise blöde Position gefahren, aber gut schon. Das solltest du lassen. Das wäre halt wieder sehr lost gewesen, da er keinen Boost hat und nichts. Was ist jetzt? Achso. Ganz chillig, das Game mal wieder. Bro, ich habe nie Lacks. Das ist wirklich weird. Chillig, ja. Hat er sich einfach mal gedacht, komm. Warum auch nicht? Bisschen mal komplett gebumst. Naja, das ist wenigstens wieder Wett. Aber weird, dass er den nicht gehalten hatte. Ganz weirde Nummer hier. Okay, Mate, mach ein gutes Kick-Off. Das ist decent eigentlich. Was macht der Gegner damit? Fett-Gharialt, der Junge. Oh, Scheiße. Eigentlich muss ich wieder auf ein Flip-Reset gehen, anstatt den Ball einfach mal vernünftig zu touchen, ne? Digga, was mache ich, Bro? Ich wollte jetzt einmal früh springen, weil ich dachte, er geht halt wirklich komplett hoch. Und er fuckt halt einfach alles ab, ne? Hm. Bitte. Gerade. Ach man ey, du bin mal an einem vorbei, aber dann war's das. Okay, ist fein für mich, nice, ja da haben sie ein bisschen zu viel gespielt, hat er schön runtergenommen. Hey Dicker, was ist das? Ich krieg heute aber auch kein vernünftiges Dribbling hin, Dicker, ich bin wirklich überarsch. Das nervt mich ein bisschen. Falscher Flip am Ende, oi, 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 komm spiel ihn rüber, Dicker, ich war schon wieder zu schnell, das reicht aber trotzdem, Bro, die sind so langsam, ne, ich dachte mit dem Flip so, ich dachte, er hätte es doch viel früher gespielt oder nicht, der war nicht schön, bin ich ehrlich, der war wirklich nicht schön, aber egal, ein guter Read ist ein guter Read, wir sehen uns in Game 2. Jo Leute, willkommen zurück zu Rocket League, willkommen zurück zu Game 2, ich hoffe ich bin jetzt ein bisschen mehr eingespielt und kann actually mal wieder ein bisschen schneller und normaler spielen, boah, weiß nicht was aktuell los ist, mann, gefällt mir selber nicht meine Performance, obwohl ich etwas höher ranke mittlerweile, aber ich hab das Gefühl, ich bin einfach zu lang hier drin, na gut, das wars komplett, okay, er hat sich dazu entschieden, doch nochmal rein zu failen, ach scheiße, bisschen mehr rüber gezogen und alles wär cool. Alter, es könnte so einfach sein, ne, es könnte so einfach sein, wenn er einfach die Open netz hittet. Was zur Hölle, Bro? Ach, Digga, ey, ist das krank. Eigentlich hatte ich eine Vorlage für das Tor bekommen, ne? Was für eine Vorlage denn? Na, da können wir nehmen mit einer Slow, haben Fehler. Oh, er hittet diesmal, es ist verrückt. Kranker Ball. Ah, hab ich da aber echt verkackt mit dem Ball. Ey, was ist das, Junge? No way, macht das Sinn? Also ich weiß nicht, irgendwie in letzter Zeit hier, erstens bin ich einfach super slow. Oh, ich bin aber auch gerade, bin halt Retalk gerade aufgestanden. Äh, was? Oh ne! Oh ne! All right! Das war's für heute. Dann müssen wir mal gucken, wie wir uns jetzt hier weiter durchschlagen. Komm schon. Das war's für heute. Oh Gott. Oh Mann, ist das mein scheiß Ernst, Alter? Kann ich jetzt aufhören, Diamond zu sein? Bitte. Es macht keinen Bock mehr. Es macht ernsthaft keinen Bock mehr. Es macht keinen Bock mehr. Wieso bin ich jetzt so scheiße auf einmal? Es macht keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Es macht keinen Bock mehr. Ich bin gespannt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Chill doch. Chill doch bitte. Nice. Das war's für heute. Sehr schön. Das ist der Ausgleich. Wunderschönes Kickoff. Konnte ich schön passen. Oh, für GC ist der aber ganz schön langsam beim Kickoff. Ach, dicker faked doch nicht so an. Ich hasse es. Mal hier mal einen normalen Ball spielen. Das ist der Ausgleich. Okay. Ich weiß. Kann man gut machen. Ich dachte, ich müsste ein bisschen höher schießen. Deswegen habe ich das für den Pinshot, wie auch immer man das dann nimmt, versucht. Aber er scheint doch free gewesen. Oh, shit. Ach, Bro. Also wirklich, ne? Dieses beschissene. Bro, ich fahr dir einfach nur rein und hau dich komplett weg. Mann, sind die sauer. Wirklich sauer. Oh, ist es open. Nice. Das war free. Oh, da war ich diesmal ein bisschen langsam. Hab meinen Speedflip ein bisschen verjabt. Ach, Digga. Ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal so einen random Mini-Touch da hat. Sonst wollte ich eigentlich für den Ground-to-Air gehen. Hey, Ground-to-Air-Dribble meine ich. Aber dann hat er mir komplett das Ding da verkackt. Ähm. Ja, weiß nicht. Komplett den Winkel verkackt. Oh. Mann, ich wollte doch da den Boost haben. Du musst drauf gehen, das ist dir bewusst, ne? Ich hab keinen Boost, Bruder. Das war wirklich absolut überknapp, der Ball da. Oh Gott. Der spielt Bälle. Beißt sich, ey. Erstmal weg. Das macht mich hier alles ein bisschen nervös. Boosted Steel. Zu viel machen. Ja. Da war auch ein Mill gerade. Wahrscheinlich GC, oder? Wie Spaß mit dem Open, Bro. Nice. 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 Ja. Kurze Runde. Entspannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. H adventures. Auf dem audiobook geht's... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ei, wenn wir dich noch mal wieder David retten. In 10 Jahren sind mir dieived und dann ein paar Mal in Raksatz zu Betrachten. Vielen Dank.